Ich habe eine einfache Frage, ja oder nein? Habt ihr eine schwarze Tasche mit einem roten Logo gesehen? Nein. Nein. Nein? Ich kümmere mich darum. Onkel, erlaubst du uns das Open? Ich habe keine Zeit. Wir sprechen morgen. Aber ich habe dich schon vor Tagen gefragt. Ich will eine Antwort. Ähm. Wir reden noch darüber. Morgen habe ich Zeit. Aber Onkel... Jetzt. Ach ja? Ja, natürlich. Ich wusste, dass sie hier irgendwo ist. Prima. Und? Was sagt er? Was wohl, Pedro? Wir sprechen morgen darüber. Jetzt kann er nicht. Wie immer. Was denkt ihr? Wird das Open stattfinden? Also. Wenn ihr gedehnt seid, werden wir mit einer neuen Übung beginnen. Äh, Ramiro? Ramiro, was willst du hier? Du weißt doch, dass Gary dem Team vom Roller verboten hat, mit ihr zu trainieren, oder? Ich gehöre nicht zum Roller. Ich dachte, sie waren dabei, als Ramiro beschlossen hat, ein Red Shark zu sein. Oder hören sie schlecht? Ramiro. Ich hab dir eine zweite Chance gegeben und du hast deinen Rückzieher gemacht. Bist du dir jetzt sicher, dass du zu den Red Sharks gehören willst? Ja. Ganz sicher. Gut. Dann will ich mal hoffen, dass du dabei bleibst. Denn das hier ist nicht irgendein Club, bei dem man ein- und aussteigen kann, wie es einem gerade passt. Klar? Entschuldigung, was wollten wir trainieren? Ich hab irgendwie den Faden verloren. Ist das dein Ernst? Unterbrich mich nicht einfach. Und um eins klarzustellen. Wir trainieren heute etwas Neues. Und ich verlange Respekt. Für meine Arbeit und für deine Teammitglieder. Der Herr? Ist doch dir klar, was genau das heißen soll? Warum? Weil ich dich kenne. Und ich habe den Eindruck, dass dir nicht ganz klar ist, was Respekt ist. Aber das wirst du schon lernen. Also, ich will heute mit einer Übung beginnen, die ihr... Moment, Moment, wartet, entschuldigt die Unterbrechung.